Musik In welchem Jahr starb der heilige Nikolaus? 476, keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, keine Ahnung. Bestimmt 512. Äh, ehrlicherweise habe ich da tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung. 1200, irgendwas. Oh, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ist schon lange, lange her, aber nee, ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist 396 nach Christus. Also, 397 vielleicht. Wo wurden die ersten Weihnachtskarten gedruckt? Wittenberg. Ach, ich stelle dir aber auch Fragen. Weiß nicht. Ich rate jetzt mal Italien. Also meine Prognose wäre, dass sie in Mainz gedruckt wurden, wo der Buchdruck losging oder überhaupt die Druckerei losging. Aber auch das, weiß nicht. In Wittenberg? Oh, das war ganz bestimmt in England. Gott. Uf, 3-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Oh, das war ganz bestimmt in England. Und wir sind ja auch ein paar Mitarbeiter. Und dann können wir ja auch wieder einmal weiter sehen.